Musik Jo was geht meine GTA Freunde aus der Levelisten, willkommen zurück zu GTA 5 Online und diesmal wieder mit einem neuen Modded Outfit Was wäre Weihnachten ohne Geschenke und was braucht der Weihnachtsmann um die Geschenke zu verteilen Natürlich er braucht seine Renntiere und deswegen gibt es heute von mir ein Renntier Outfit Ich nenne das Outfit einfach nur Rudolf Ihr kennt es ja Rudolf the Red Nose Reindeer Und wie ihr das Outfit machen könnt ist wirklich ganz einfach Ihr begebt euch in ein Begleitungsgeschäft eurer Wahl Geht zu den Oberteilen, geht zu den Bomberjacken und kauft euch dort die braune offene Fliegerjacke Ihr bleibt aber jetzt bei den Oberteilen und geht jetzt zu den festlichen Oberteilen und kauft euch dort das Renntier T-Shirt Jetzt sind wir mit den Oberteilen fertig Gehen rüber zu den Hosen, gehen auf die Arbeitshosen und kaufen dort die schokobraune Arbeitshose Jetzt haben wir auch die Hosen an Gehen deshalb zu den Schuhen, gehen auf die Stiefel und kaufen dort die schokobraune MOC Stiefel Nun begebt ihr euch zu den Accessoires Geht auf die Handschuhe und kauft euch dort die braune Lederhandschuhe Jetzt gehen wir zu den Brillen, gehen auf die Sportbrillen und kaufen dort die Graustufen Urban Skibrille Jetzt fehlt uns noch eine Kleinigkeit und zwar gehen wir zu den Hüten Gehen zu den festlichen Hüten und kaufen dort einfach nur das Renntier Geweih Jetzt speichert ihr das Outfit ab Bleibt aber bei der netten Dame Geht nämlich jetzt auf die Buddysuits und dort kauft ihr einfach nur das dunkle Renntier Buddysuit aus Dieses Renntier Outfit lasst ihr jetzt an und begebt euch zu dem Teleskop Seid ihr am Teleskop angekommen, folgt nun der Teleskop Glitch Der ist ganz einfach Ihr rennt straight auf das Teleskop zu Spam Steuerkreuz nach rechts und ihr werdet sehen, eure Maske verschwindet und wenn dies der Fall ist, dann geht ihr einfach nur in euer Interaktionsmenü und wechselt einfach auf das Outfit, welches ihr zuvor gespeichert habt und lauft wieder ein paar Schritte weg und die Maske vom Renntier Outfit erscheint und fertig ist euer Rudolf Outfit Wie gefällt euch das Outfit? Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare rein und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo Also macht's gut, haut's rein und ciao ciao